Herzlich willkommen zu Crystal Ball, direkt aus dem Theatrium in euer Wohnzimmer. Und viele von euch fragen sich ja beim Gucken der Shows oder danach, worum ging es eigentlich? Und manchmal ist es so, dass diese Shows sehr künstlerisch sind und sehr anspruchsvoll und muss ein bisschen suchen, was der Sinn dahinter sozusagen ist. Hier und heute geht es bei Crystal Ball darum, dass die Protagonistin, also die Hauptdarstellerin, den Weg zum Guten sucht und dabei verschlungene Pfade geht. Wie im richtigen Leben, mit toller Musik, großartigem Gesang und großartigem Kostüm. Viel Spaß! Musik 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 Koh Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.